ja hallo herzlich willkommen zu einer neuen ausgabe der mutmach geschichten am mittag auch heute möchte ich euch eine kleine begebenheit erzählen die wie ich finde mut machen kann ich war gestern unterwegs hier in einen hausen in den straßen und bin dann auch so im nördlichen teil unterwegs gewesen und kam an einem haus vorbei und da kam ich ins staunen weil direkt am bürgersteig seitlich war eine hofeinfahrt und da hatten kinder etwas sehr schönes gemalt sie hatten sich mühe gegeben das hat man gesehen sie haben geschrieben alles wird gut mit kreide haben sie das gemalt auf die straße sie haben einen wunderschönen regenbogen dazu gemalt und auch eine lustige sonne und er sieht so schön aus und hat so gute laune gemacht dass ich dachte das muss ich heute doch mal weitergeben ich habe es dann auch gleich gefilmt wie gerade seht ich finde es schön wenn kinder auf diese weise ihre zeit nutzen und nicht nur für sich irgendwie die tag verbringen sondern zu sagen wir malen eine botschaft auf die straße direkt am gehweg angrenzt die können passanten lesen denen vielleicht gerade nicht gut geht die bedrückt durch die welt ziehen vielleicht auch alte menschen oder kranke die einsam sind wer auch immer und dann sowas lesen können ich finde das ist eine mutmacht geschichte von mensch zu mensch hier von kindern zu denen die es gerade nicht leicht haben das finde ich ist erwähnenswert ich danke den beiden die das gemalt haben in ihrer einfahrt alles wird gut ihnen und euch allen in diesem tag wo wir aufs osterfest zu gehen alles gute bleibt behütet meinst du Untertitelung des ZDF, 2020